die verhaftung von einem vater ist ein großes unglück für uns alle dein vater war unser wichtigster mann jetzt kommt immer mehr auf euch an auf euch alle aufstellung zum liegestütz das gilt doch für bolschewistische untermenschen auf nieder auf nieder auf los komm ja mach doch schuss umma wenn du Luft legst ich fang dich auf Hier, im inneren Zündschnur befindet sich die Pulversäme. Die brennt einen Zentimeter pro Sekunde. Ihr seht, wie lang die Zündschnüre sind. Ihr habt also Zeit genug, um aufzuhauen. Ihr steckt nur noch die Kapsel in den Zündstoff und dann geht's los. Abbau jetzt! Aus der Überzeugung, dass aus den gegenwärtigen Krisen und Belastungen des Krieges für das deutsche Volk der größte Sieg in seiner Geschichte entspringen wird. Mensch, wir müssen den Kern einer Partisanenarmee bilden. Jetzt rollst du hier die Flügel zusammen. Ins Rohr reinstecken. Bis zum Anschlag. Mensch, in die andere Richtung! Da ist vielleicht ein Partisanenschiff, der hat ja Schieß. Ach, lass mal so viel wie der kann ich selber. Weg da hinter mir! Und als schon tausend Jahren nur entvergangen waren Im letzten Jahr vom Krieg Im letzten Jahr vom Krieg